Der Jab kommt, könnte noch ein bisschen druckvoller sein mit unter. Und die Rechte! Was für ein Schlag! Das bleibt sehr cool. Nochmal die Rechte, da zuckt der Brust da wieder. Jetzt bei Hellenius. Und wir sehen nochmal die Studie mit links angeboxt und dann die Rechte ganz kurz. Immer wieder rechtzeitig aus dem Weg und bringt dann den Jab. Hier mal ein guter. Stopp! Stopp! Konnte. Darf er nicht leichtsinnig werden. Und dann ist er unter Kontrolle. Das Brewster selbst die Aktion startet. Hier eine Zähmts. Unter seine Kontrolle gebracht. Du wirst doch nicht getroffen. Der wird doch müde. Siehste doch. Haben sie die Mimik und die Körpersprache. Oh ja, das war Kreuz. Den zu schauen, ob Brandenburg gefällt es. Einfach rein. Das wird er noch versuchen. Du musst immer noch Kritikation überstehen. Luan Krasnici lag. Brewster nach oben. Hellenius in seinem ersten Elften. Willingus jetzt nochmal nachzusetzen. Sehr gut mit der rechten. Brewster soll fighten. Seine Ecke treibt ihn nach vorn. Und gut getroffen. Da war die Linke. Das ist auch wieder ungepärlich, weil sich dann Willingus Rufen am Kopf völlig entblößt. Oh ja, schwere Aufwärtshaken von Hellenius. Und Brewster stürzt in seine Ecke. Wird aufgefangen von den Seilen. Theoretisch hätte der Ring gestaucht. Hat er zwei, dreimal probiert, diesen Aufwärtshaken. In dieser achten Runde noch Zeichen. Noch ein schwerer Treffer. Brewster hält sich in den Seilen fest. Wirkt fast schon kampfunfähig. Noch 30 Sekunden. Und Fabian Bukenheim. Weden in Finnland. An seine Frau zu Hause. Seine zwei kleinen Kinder. Und das war hier eigentlich schon der entscheidende Schlag. Dieser rechte Aufwärtshaken. Und dann setzt er entschlossen nach. Und nur die Ring-Ecke hält hier Brewster noch auf den Beinen. Und da sieht man, dass Hellenius auch konditionell sehr gut vorbereitet ist. Kann das Tempo hier in dieser achten Runde mühelos erhöhen, nachsetzen und die Entscheidung herbeiführen. Ein sehr gutes Auge studiert seinen Gegner. Schlägt überlegt. Und da am Ringseil zu erkennen, dass Brewster... Hellenius!